Seit über 20 Jahren sind die beiden befreundet. Er gibt ihr Kraft und ist in schweren Zeiten eine große Hilfe. Ulrich ist immer für sie da, wie im Lied. Ein Freund, ein guter Freund. Denn zuletzt ist die 69-Jährige nicht immer einfach. Immer wieder gibt es Schlagzeilen um ihre Ehe. Was für ein Glück, dass Ang als der Charakterdarsteller kürzlich als herausragende Persönlichkeit der deutschsprachigen Kultur geehrt wurde, konnte jeder sehen, wie nah sie sich sind. Eine Umarmung, und Angela lachte wieder. Dann hielt sie eine warmherzige Laudatio auf Mattes. Für Ulrich nimmt sie sich Zeit, denn eigentlich hatte sich die Politikerin zurück. Ulrich Mattes weiß sicher genau, wie Angela sich jetzt fühlt. Man muss unterscheiden zwischen der öffentlichen und der privaten Person, verriet er vor einiger Zeit über Merkel. Privat ist sie viel impulsiver und lustiger. Wir kichern manchmal extrem. Und auch in Herzensdingen helfen sie sich. Ich war unglücklich verliebt. Sie hat das sofort wahrgenommen. Und dann haben wir tatsächlich eine knappe Stunde meinen verwackelten Seelenzustand besprochen. Dafür sind gute Freunde eben da. Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Beste, was es gibt.